Moin Lichtsetzer! Herzlich willkommen hier heute zum neuen Lichtblick im Juni 2024. Der Mai ist schon längst wieder vorbei und es wird Zeit für den nächsten Lichtblick. Das heißt ja Ausblick für mich, vielleicht auch ein kleiner Blick in die Vergangenheit und wir starten direkt nach dem Intro. Ja, was soll euch hier heute erwarten auf meinem Kanal bzw. beim Lichtblick, dem Ausblick meines Kanals? Ja, wir haben Juni 2024 und es wird eben halt Zeit. Der Mai ist vorbei und wir müssen eben halt mal kurz sprechen, was so ansteht. Der Sommer steht vor der Tür bzw. inzwischen ist meteorologischer Sommeranfang. Ja, in einzigen Teilen von Deutschland ist das nicht ganz so zu sehen, aber naja. Worüber soll es hier heute im Video gehen? Wir reden ganz kurz über die Vergangenheit. Was habe ich die letzten Wochen gemacht? Dann reden wir über Meckern auf YouTube oder Meckern über das Meckern auf YouTube. Foto & Adventure. Nächstes Wochenende ist es soweit. Dann ist endlich die Foto & Adventure das erste Event, wo man im Prinzip wieder ganz viele Foto-Freunde treffen kann. An der Stelle kann ich auch schon sagen, ich werde auch da sein. Und natürlich die Aussichten. Was soll demnächst hier noch auf dem Kanal passieren? Dann habe ich ein Gadget des Monats Viva mal mitgebracht. Ich habe was Neues gefunden für mich. Vielleicht ist es auch für euch interessant. Und wir reden kurz über Instagram. Ihr kennt das ja. Wenn ihr den Hashtag Lichtsetzer Art verwendet, dann kann es sein, dass hier die Bilder dabei sind. Und wir haben auf jeden Fall einen Kanal des Monats. Da freue ich mich besonders drauf, weil den Kanal mag ich im Moment sehr, sehr gerne. Den schaue ich sehr gerne. Aber dazu später mehr. Ja, Vergangenheit in den letzten Wochen war schon eine ganze Menge los. Eigentlich sehr viel beruflich. Deswegen bin ich gar nicht so zum Fotografieren gekommen. Konnte das natürlich an der einen oder anderen Stelle gut miteinander verbinden. Ich war an der Nordsee. Das hat mich besonders gefreut. Das Video kommt die nächsten Tage raus. Ich vermute mal, während ich auf der Photon Adventure bin, also nächste Woche Sonntag, sollte es eigentlich da sein. Ich schneide das noch. Ich habe noch ein paar andere Sachen, die ich aber wahrscheinlich überwiegend in der Sommerpause zeigen werde, wo ich dann selber im Urlaub bin. Ja, und muss natürlich so ein bisschen hinkriegen. Dann habe ich mich mit einem Bekannten getroffen, beziehungsweise jetzt Bekannten. Zu dem Zeitpunkt war er mir noch gar nicht bekannt. Grüße gehen raus an den Sven. Der hat ein kleines Heimstudio sich zu Hause aufgebaut. Kleines untertrieben. Das ist schon ganz schön groß. Mit eigenem Studio, mit eigener Dunkelkammer. Und wir haben uns ein bisschen beschnuppert und da wird es demnächst auch etwas geben. Und das kann ich jetzt schon mal sagen. Wir haben da so ein bisschen drüber gesprochen. Zum Anfang muss man sich erstmal beschnuppern, ob die Chemie stimmt. Das stimmte. Ja, und dann war ich letztes Wochenende am Sauerland unterwegs mit drei anderen Fotofreunden. Den einen oder anderen werdet ihr dann kennen. Aber ich will noch nicht zu viel verraten an dieser Stelle, weil am Videoschnitt sitze ich auch noch. Das wird dann auch noch demnächst hier auf dem Kanal kommen. Und ihr wisst ja, Vorfreude ist immer die beste Freude. Ja, das so zur Vergangenheit. Und dann sind wir auch schon beim Meckern auf YouTube. Und ich meckere mal über das Meckern auf YouTube. Ich sag mal so, ich bin ja eh schon kein Freund von Clickbait-Titeln. Ich verwende das eigentlich überhaupt nicht. Ab und zu hat das manchmal vielleicht den Anschein so, dass das ein Clickbait sein soll. Aber ich beachte da schon bewusst drauf, weil ich muss hier keine Leute auf den Kanal mit Clickbait holen. Entweder ihr schaut mich, weil ihr da Bock und Interesse dran habt, dann ist das in Ordnung. An dieser Stelle kann ich auch sagen, falls euch das ganze gefällt, Daumen nach oben. Kommentare natürlich wie immer nach unten. Und solltet ihr noch nicht abonniert haben, dürft ihr das natürlich gerne tun. Aber es ist kein Zwang oder kein Muss. Aber Meckern auf YouTube. Da gibt es das eine Video, das nennt sich Fotografieren ist tot. Der nächste meckert darüber, dass YouTube nichts mehr bringt. Und man merkt so eine gewisse Unzufriedenheit auch bei Reviews über Kameraprodukte. Da wird gemeckert, obwohl der Anwendungsfall gar nicht dazu passt. Und klar sind das Videos, die natürlich Klickzahlen generieren. Zeigt mir aber etwas ganz anderes. Gar nicht die Klickzahlen. Klar habe ich die Leute da. Aber es zeigt nur eine Sache auf jeden Fall bei der ganzen Geschichte. Dass die Leute sich lieber Sachen angucken zum Meckern. Um selber vielleicht mitzumeckern. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Um ihre eigene Unzufriedenheit zu beruhigen, zu bestärken. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was der Hintergrund ist. Aber das fällt mir in letzter Zeit massiv auf. Und ich sage mir immer, ich kann über YouTube nicht meckern. Klar könnte ich mich manchmal über den Algorithmus aufregen. Aber das tue ich hier zu Hause im kleinen Kämmerlein. Klar kann ich mich auch über andere Kleinigkeiten aufregen. Aber ich habe diese Plattform freiwillig gewählt. Also ich bin hier freiwillig. Ich muss hier auch kein Geld mit verdienen. Und deswegen muss ich da auch nicht drüber meckern. Und ich muss auch nicht drüber meckern, ob die Fotografie tot ist. Ganz ehrlich, wenn es hunderte von Leuten gibt, die die Fotografie aufgeben, dann sage ich Dankeschön an dieser Stelle, weil dann überlauft ihr bestimmte Fotospots nicht mehr. Und ich habe wieder mehr Platz. Das ist nämlich die andere Seite der Medaille. Man muss immer zusehen, dass man vielleicht das, was man im ersten Moment negativ denkt, gucken, was hat das für einen positiven Vorteil für mich. Und ich muss ganz ehrlich sagen, an dieser Stelle vielen, vielen Dank. Also ich habe bei YouTube eine ganze Menge erreicht für mich persönlich. Das ist ganz wichtig. Deswegen kann ich da auch nicht drüber meckern. Ich habe ganz viele neue Fotobekanntschaften und Freundschaften will ich noch nicht sagen, weil Freundschaften entwickeln sich über die Jahre. Aber Fotobekanntschaften erreicht bekommen. Und dann muss ich sagen, ja, das finde ich klasse. Das wäre ohne YouTube gar nicht möglich gewesen. Also von daher dann meine Community. Inzwischen sind wir, glaube ich, bei knapp irgendwo 730 Abonnenten. Ich bedanke mich noch mal bei jedem Einzelnen hier. Ich freue mich da wahnsinnig drüber, dass ihr meinen Blödsinn ab und zu mal guckt. Also von daher ich sehe das ziemlich entspannt. Mir macht das Ganze viel Spaß. Es ist manchmal auch ein gewisser Stress dabei. Aber es hat auch den Vorteil, dass man sich nicht einfach auf der Couch verkrümelt, sondern weil man eine gewisse Verpflichtung hat. Man muss sich dann mal bewegen, so wie heute hier auf dem Sonntagmorgen. Ich habe heute Morgen schön Kaffee genossen und dann fiel mir ein, du hast ja noch gar nicht den Lichtblick gemacht. Also muss ich den mal machen. So, sorry, ich muss mal einen Schluck trinken, sonst ist die Stimme gleich weg. Jedenfalls kann ich dieses Mecker nicht verstehen. Wenn ihr der ganzen Sache... Jetzt ist die Stimme wirklich weg. Entschuldigung. Entschuldigung. Aber ich schneide eben halt ungern irgendwas raus. Also ich bin so, wie ich bin. So, wenn ihr euch die Mecker-Videos angucken wollt, dann tut es. Aber dann meckert einfach nicht mit. Ich schmunzle darüber, weil ich sage mir einfach, das Leben ist viel zu kurz, um sich darüber zu mokieren. Und das soll auch das Meckern übers Meckern bei YouTube gewesen sein. Ja, Foto und der Adventure. Da kommen wir nämlich gleich zum nächsten, was nämlich eine sehr schöne Veranstaltung ist. Und da schließt sich wieder der Kreis. Jetzt gehe ich nochmal ganz kurz zu Meckern auf YouTube. Ich muss nicht meckern. Ich freue mich auf diesen Event. Der ist nächste Woche. Freitag fahre ich schon hin und werde Freitagabend mit einem Foto-Buddy, sag ich jetzt mal. Also mit einem YouTube-Kollegen ein bisschen über die Messe gehen. Wir haben uns da schon verabredet zu. Da wird noch der ein oder andere andere YouTube-Kollege da mit zukommen. Da freue ich mich wahrscheinlich drauf. Und falls ihr uns dort begegnet, dann kommt einfach auf uns zu. Lauft mit uns mit. Quatscht mit uns. Wir sind ja aus Fleisch und Blut. Und wir sind auch zum Anfassen. Ihr wisst, was ich meine. Ich freue mich über jeden. Und ich denke mal, nach dem Wochenende wird die Stimme sicherlich komplett weg sein. Ich werde natürlich die, die es nicht schaffen zur Foto-Inventure, werde ich natürlich mitnehmen. Das heißt, ich nehme die Kamera mit und ich habe da so zwei, drei Ideen, die ich dort umsetzen möchte. Ob das klappt oder nicht, weiß ich nicht. Deswegen will ich jetzt hier noch gar nicht großartig darüber sprechen. Aber ich nehme natürlich mein Material mit, was ich so benutze. Werde dort Eindrücke von der Messe schaffen. Ich werde vielleicht auch das eine oder andere Interview schaffen. Das weiß ich noch nicht. Aber auf der Foto-Inventure gibt es eine ganze Menge, was ich persönlich auch sehen möchte. Zum einen der Lichtsetzer-Kollege, der sich immer mein Hashtag klaut. Ein Lichtsetzer. Der Martin Kohlab von Kohlab und Gerst wird einen Vortrag dort machen. Den finde ich sehr interessant. Irgendwas mit Reisefotografie. Also Fotografieren auf Reisen und nicht Reisen zum Fotografieren. Also den Titel finde ich alleine schön interessant. Das ist für mich so ein Eyecatcher. Das ist auch, glaube ich, meine innere Einstellung dazu. Den möchte ich mir auf jeden Fall angucken. Dann hat die Ulla Lohmann einen Vortrag. Den möchte ich mir auf jeden Fall auch angucken. Da geht es einfach um schöne Spots in Deutschland. Ich bin ja viel in Deutschland unterwegs. Also Fortbildung dort an der Stelle. Und dann ist auch der Benjamin Jarowski dort. Da werde ich mir natürlich auch mal einen persönlichen Eindruck vermitteln. Das heißt, man sieht ja die Leute immer auf YouTube. Mal gucken, wie auf der Bühne ist. Ich denke mal, das wird ähnlich sein. Vielleicht habe ich auch die Chance, mit ihm zwei, drei Sätze zu wechseln. Wenn nicht, ist das auch noch so. Von daher erschraubt mich ja nicht. Das ist so das. Und dann werde ich natürlich Gott fotografieren. Für alle Leute, die noch nie auf der Photon Adventure waren. Das ist eigentlich eine sehr schöne Messe. Das Messeticket kostet für zwei Tage 22 Euro, für einen Tag 12 Euro. Das kann man ruhig investieren. Es sind alle großen Aussteller dort. Ich habe es also vorhin schon mal kontrolliert. Also es ist Canon da. Es ist Fuji da. Es ist Sony da. OM System ist glaube ich da. Canon, Nikon, Sony, Fuji. Jedenfalls die großen. Falls jetzt jemand vergessen hat, ist das keine Absicht. Es ist die Firma Roller da. Es sind viele Reiseanbieter für Fotoreisen da. Es sind viele kleinere Aussteller da. Es ist Fotoer hat es da. Fotokoch ist da. Das heißt, ihr könnt auch das Portemonnaie mitnehmen. Das heißt, ihr könnt das eine oder andere dort kaufen. Es gibt, wenn ich das richtig gesehen habe, drei Bühnen mit Vorträgen. Und in diesen Messetickets. Und das finde ich total interessant. In diesen Messetickets sind diese Vorträge auf diesen Bühnen kostenlos mit enthalten. Wie geil ist das denn bitteschön? Also es gibt andere Messen. Da musst du für diese Vorträge teilweise extra zahlen. Diese Vorträge sind dort kostenlos dran. Es gibt dabei natürlich auch Workshops, die man besuchen kann. Die kosten natürlich extra Geld. Zum Beispiel die Firma Roller mit Wildrocks zusammen macht an dem Freitagabend Objektiv-Test. Und das, was ihr da bezahlt, das hatte ich mir angeguckt. Das könntet ihr mit dem Rabatt da reinpacken. An dieser Stelle. Ich werde hier von Roller nicht gesponsert. Ich kann das nur sagen. Ich war auf so einem Event selber mal. Und ich muss auch sagen, diese Wildrocks Objektive finde ich schon richtig geil. Ich bin darauf angesprochen worden, ob man da nicht gemeinschaftlich hingeht. Ich sage ganz ehrlich, ich habe dann gesagt, ja, gute Idee. Wildrocks Objektive sind toll. Ich habe beim letzten Mal schon massiv dagegen angekämpft, mir dieses Haben-Wollen-Gefühl wieder rauszuprügeln, so sinngemäß. Und habe gesagt, nee, da gehe ich jetzt nicht mit hin, weil sonst muss ich mir ja schon wieder ein neues Objektiv kaufen. Und das wollte ich nicht, weil mein Budget für dieses Jahr, was ich an neuer Technik gekauft habe, ist eigentlich abgeschlossen. Und dummerweise ist auch noch mein Kühlschrank kaputt gegangen. Also irgendwann muss man auch mal das Geld ein bisschen sparen. Also von daher passt das eben halt nicht. Aber für alle anderen, die das noch nicht gemacht haben, kann ich das nur empfehlen. Das sind wirklich tolle Objektive. Dann gibt es dort andere Vorträge. Es gibt noch zum Beispiel einen Vortrag wie Fotografie über Japan auf dem Samstagabend. Da bin ich gerade noch am überlegen. Der kostet 15 Euro, ob ich mir den nicht einfach gönne, weil ich bin sowieso auf dem Gelände. Ich übernachte auch auf dem Gelände im Wohnmobil, sodass ich immer vor Ort bin, dass ich je nach Wetterlage auch rausgehen kann zum Fotografieren. Das ist noch die Überlegung. Und andere Workshops werde ich nicht besuchen. Aber der Vorteil bei dem Gelände, kleiner Geheimtipp, wenn man ein bisschen Abstand hält, dann kann man so den einen oder anderen Workshop mal beobachten. Aber nicht zu lange. Nur kurz einen Eindruck holen, ob das dann vielleicht für das nächste Mal ist. So habe ich das auch gemacht, weil die Kollegen, die natürlich dort Workshops machen, die verdienen natürlich auch Geld damit. Das ist auch richtig. Die investieren noch eine Menge Zeit und kostenloses Wissen abgreifen wollte ich nicht. Aber ich hatte mir so bei dem anderen einen Eindruck verschafft. Ja, und dann war ich wieder zu spät zum Buch. Dann waren die Vorträge bzw. die Workshops auf dem Gelände schon ausgebucht. Also es gab schon den einen oder anderen, wo ich gerne hingegangen wäre. Zum Beispiel Light Painting mit Olaf. Das hätte ich gerne gemacht, aber waren schon ausgebucht. Okay, dann kann ich alles haben. Ja, Photonadventure, das ist auf jeden Fall eine Sache. Dann ist es so für mich. Danach treffe ich mich noch mit einem Kollegen in Hamburg. Ich hoffe, das klappt, wenn er das sieht. Liebe Grüße. Sag Bescheid. Ich komme gerne hoch. Ist für mich ja ein Katzensprung. Der macht nämlich da oben in der Ecke Urlaub. Ja, und dann wird natürlich, ist bei uns natürlich in Niedersachsen ein bisschen früher die Ferien. Das heißt, wir werden dann schon das Wochenende drauf. Also in 14 Tagen sind bei uns hier schon die Sommerferien. Und die erste Woche verbringe ich auf einem sogenannten Zeltlager für Jugendfeuerwehren, die sich treffen. Das ist übrigens das größte in Niedersachsen. Und da unterstütze ich ehrenamtlich. Also ich bin da im Social Media Team mit unterwegs. Also ich werde dort vor Ort eben halt Videos drehen und Fotos machen und ein Gesamtvideo für deren YouTube Kanal schneiden. Und wenn das nachher veröffentlicht ist, werde ich das hier auf meinem Kanal verlegen, dass ihr euch das mal anguckt. Das ist dann ein Teil meiner Arbeit. Ich bin da natürlich nicht alleine. Da sind ganz viele, die das ehrenamtlich machen. Da freue ich mich natürlich drauf. Und in der Zeit gibt es hier ein bisschen vorproduziertes Material, weil da kann ich natürlich nichts Aktuelles machen. Ja, dann muss ich nochmal zwei Wochen arbeiten. Und dann geht es auch in die wohlverdienten Sommerferien. Und natürlich in den Sommerferien werde ich das eine oder andere mitnehmen. Und ich habe auch noch so die eine oder andere Idee, die dort kommt. Und derzeit verhandle ich auch noch mit einem Hersteller, wo ich im Moment noch nicht drüber reden kann, ob wir eine Kooperation zusammen eingehen oder auch nicht. Das wird sich die nächsten Tage jetzt rauskristallisieren. Ich sage an der Stelle schon mal, ich habe mich grundsätzlich schon mal über die Anfrage gefreut. Ich als kleiner Kanal kriege so eine Anfrage. Wenn ich um einen Schreibtisch hätte tanzen können, hätte ich mich einfach nur über die Anfrage gefreut und hätte gesagt, wunderbar, schön. Also aber gut, wenn es nichts wird, ist es auch nicht schlimm. Ich bin da nicht drauf angewiesen. Und ich werde auch definitiv demnächst mal über meine Kameratechnik sprechen. Da wird es definitiv ein bisschen was geben. Ich möchte einen Erfahrungsbericht über die A6700 machen, die ich jetzt über ein halbes Jahr nutze. Ich will noch einen Erfahrungsbericht über die Pocket 3 hier machen, die mich jetzt hier wieder gerade filmt. Ich habe noch die Action 4. Ich habe inzwischen auch die Insta X4. Da möchte ich auch noch einen Erfahrungsbericht machen. Also von daher, es kommt auf jeden Fall was. In welcher Zeitfolge, weiß ich nicht. Das einzige, was ich für mich beschlossen habe, einmal die Woche gibt es einen Kanal. Nicht Kanal. Einmal die Woche gibt es ein Video auf diesem Kanal. So soll es richtig heißen. Manchmal ist es Mittwoch, manchmal ist es der Sonntag, manchmal ist es der Samstag. Ganz ehrlich, ich habe diesen Algorithmus Quatsch über Bord geschmissen. Ich mache das so, wie ich gerade Zeit habe. Ich das Video fertig habe und ich denke, das ist jetzt ein guter Zeitpunkt. Ja, dann wird es natürlich mit der analogen Fotografie. Ich habe es ja zum Anfang kurz erwähnt. Mit dem Sven werde ich auf jeden Fall was zusammen machen. Das heißt, ich hatte ja ein Video gemacht über Entwicklung. Aus meiner Sicht alles richtig. Hat auch besonders gut geklappt. Die Fotos, das Video kommt auch noch, wie ich die dann einscanne. Aber er hat gesagt, so sind zwei, drei Sachen verbesserungswürdig, sagt er so. Er hat nicht Fehler gesagt, er hat verbesserungswürdig gesagt. Und die möchte ich mir zeigen. Und ich möchte auch tatsächlich noch ein bisschen was lernen. Und das Ganze werde ich filmisch dann eben halt mit aufnehmen. Das heißt, seine Idee kann ich jetzt schon mal an der Stelle ein bisschen erzählen. Da könnt ihr euch drauf vorfreuen. Wir werden dorthin fahren. Wir werden wirklich einen Film selber aufspulen. Das hat er versprochen. Er hat das ganze Material da. Wir werden dann in seiner Gegend ein bisschen fotografieren. Das heißt, wir werden keine 36 Bilder machen, sondern einen kürzeren Film natürlich aufspulen. Und dann werden wir diesen ganzen Entwicklungsprozess mit Ausbelichtung auf Fotos machen. Also von da, da könnt ihr euch definitiv freuen. Sven, ich hoffe, dass das so in Ordnung ist, dass ich schon mal drüber spreche. Aber Vorfreude ist ja immer die bekannteste Freude. Also oder die schönste Freude. Ja, Gadget des Monats. Falls ihr letztens mein Video gesehen habt, Street-Fotografie in der Bahn. Und wer ein bisschen genauer hingeguckt hat, also mir ist es sofort aufgefallen. Ich habe mich wahnsinnig geärgert. Ich habe die Action-Kamera meistens an der Rucksackseite hier so auf der linken Seite oder rechts. Und wenn man bei der Action-Kamera den falschen Stabilisator einschaltet, also nicht das Horizont stabilisieren, sondern das Rocksteady, was sich noch eingeschaltet hat aus einer anderen Situation. Vorher Binder nutzen, die Kamera kontrollieren. Egal ob Fotokamera oder auch Action-Kamera. Jedenfalls sind die Bilder so ganz leicht schief gewesen, wie der Rucksack war. Bei der Horizontstabilisierung wäre es natürlich völlig gerade gewesen, völlig in Ordnung. Hat mich massiv geärgert. Und dann habe ich mir überlegt, wie könnte ich das vermeiden? Natürlich rutscht der Rucksack da mal runter und man hat den Gurt, der sich vorne auf Spannung hält, nicht immer da unterprozentig bei. Und dann habe ich mir überlegt, okay, das muss ich anders lösen. Und dann habe ich mir überlegt, anders lösen machen wir anders. Brustgurt finde ich persönlich blöd, weil man hat den Rucksack. Dann hat man hinten noch so ein Gurt, das drückt dann im Rücken. Also so hundertprozentig bequem finde ich das nicht. Ich habe so einen Brustgurt. Ich finde das Anlegen aber total kompliziert. Ich verdrehe mir da immer alles bei. Ich bin ja schon ein bisschen älter, bin ja nicht mehr so flexibel. Und habe mir überlegt, da gibt es doch sicherlich andere Sachen. Und ich habe hier von der Firma PGI Tech einen sogenannten Neck Holder. So, der ist eigentlich relativ cool. Den wollte ich euch mal kurz zeigen und das wird auch in den nächsten Videos immer sein. Das ist so ein bisschen das Fahrradschloss Prinzip. Hinten ist so ein Knopf dran. Einmal aufmachen, hier rüber hängen. Und dann habe ich das Ganze hier schon dran. Und ich kann hier die Action einfach hier vorne drauf klicken. So, dann habe ich die da auf der Höhe. Ich könnte sie natürlich auch über Kopf halten. Also ich kann sie jetzt wieder drehen. Das Ding hat ganz viele Vorteile. Und wenn ich nun mal laufe, reicht mir so ein Neck Holder. Also ich springe ja nicht durch die Gegend. Aber was bei dem hier besonders ist, es gibt die natürlich auch von anderen Herstellern. Aber PGI Tech hat eine Sache daran, die ich, warum ich den geholt habe. Und zwar hat er hier unten noch einen Gurt. Wenn ich dann wirklich mal auf dem Fahrrad bin oder demnächst wieder beim Motorrad fahren, dann kann ich den hinten nochmal um mich rumschneiden und kann ein bisschen Stabilisierung machen. Oder wenn man joggen gehen würde, was ich nie tun würde. Aber eben halt zum Fahrradfahren wäre das eben halt ein bisschen besser. Oder im Sommer, wenn ich dann wieder auf dem SAP stehe, dann ist dann mehr Stabilität und man verliert das Ganze nicht so. Deswegen habe ich mir das geholt. Das haben leider die anderen Hersteller nicht. Das war der einzige mit hinten nochmal so eine zusätzliche Fixierung, die man auch ganz schnell wieder abmachen kann, weil ich brauche sie nicht ganz so häufig. Aber das wollte ich jetzt zeigen. Verlinke ich hier auch unten. Ja, Buch des Monats habe ich diesmal nicht, weil ich komme auch selber gerade nicht zum Lesen. Und irgendein Buch jetzt hier vorzuzeigen. Ich muss ein Buch vorher selber gelesen haben, damit ich das euch zeige. Aber kommen wir, ich würde sagen, zu Instagram. Lichtsetzerart. Ihr kennt das. Wenn ihr eure Fotos bei Instagram hochlädt, dann könntet ihr Lichtsetzerart machen. Ich selber bin gerade nicht so ganz aktiv bei Instagram, also beim Foto hochladen, beim Schauen schon, aber beim Hochladen nicht. Aber es liegt einfach an zu vielen Projekten und dann vergisst man das eine oder andere. Deswegen gehen wir jetzt wieder rüber zum Computer. So, wir sind am Computer angekommen und ihr seht schon sechs Tage und drei Minuten bis zur Foto Adventure. Das heißt, ihr wisst definitiv heute das Video sehr kurz vor sich aufgenommen worden. Und hier oben ist auch schon eine Einkaufswage. Ich muss gleich noch die Karten bezahlen. Aber kommen wir als allererstes zu Instagram. Lichtsetzerart. So, und ich habe mir drei Fotos schon ausgesucht und ich gehe mal auf das erste und ich sage euch auch, warum ich das gemacht habe und wer es gemacht hat. So, das erste Foto von Gerd, den hatte ich schon mal hier im Kanal und Gerd, Chapeau, du machst wirklich, wirklich tolle Fotos. Und als ich das Foto gesehen habe, bin ich sofort so stehen geblieben und habe gesagt, wie geil ist das denn bitteschön mit dieser Leiter, die den Berg hoch geht. Ich weiß, dass ich oben total außer Puste wäre, aber ich fand die Lichtstimmung so Vorteil, ich habe mich sofort angesprochen. Ich fand auch hier, wenn man das Ganze hier von unten nach oben geht, die Linienführung durch das Bild, genial. Und da muss ich sagen, das Bild hat mir richtig gut gefallen an eurer Stelle. Ihr seht das schon, auch die Gefällt mir Button sind hier schon nach oben gegangen. Geht mal gerne auf die Seite von dem Gerd, der hat echt tolle Bilder da drauf und kann ich nur wirklich sagen. Und auch die Farbstimmung, das Grün ist hier nicht komplett übersättigt, so ein bisschen hier oben schön die Sonnenstrahlen mitgenommen. Also Chapeau Gerd, im richtigen Moment an der richtigen Stelle das richtige Foto eingefangen. Ja, dann haben wir auch schon das zweite Foto und das, da war ich so ein bisschen hin und her gerissen, lieber Wolfgang. Wolfgang hat hier ein Foto gemacht und ich habe das in der Übersicht von Instagram gesehen und habe gesagt, hm, ja, das hat mich sofort angesprochen. Und dann habe ich drauf geklickt und dann habe ich, aha, okay. Und dann habe ich einen Moment länger drauf geguckt. Das ist ein Foto, wo ich einen Moment länger gucken musste und habe dann festgestellt, ja, da muss, ich vermute das jetzt mal. Ich weiß es nicht, vielleicht schreibt mir der Wolfgang das auch. Also ich finde die dramatische Wolkenstruktur toll. Das ist auch nicht übertrieben irgendwie nachbearbeitet worden. Aber ich finde den Bildlook total cool. Das ist nämlich eigentlich nicht der Bildlook, den wir im Moment haben, sondern ich würde den jetzt so verorten. 80er, 90er Jahre. Ich vermute mal irgend so ein Fuji Kodak Look, der darüber gelegt worden ist oder Instagram Filter. Aber für mich hat das diesen Look. Solche Bilder habe ich aus den 80er, 90er Jahren meiner Kindheit von dem Farbspielraum. Und deswegen hat mich dieses Foto mehr angesprochen. Also von daher ist also wirklich die Bildfarbe das, was mir besonders gut gefällt. Oh, wo ist es jetzt geblieben? Wenn man die Maus falsch bedient, aber ihr seht ja schon ein paar andere Bilder hier, den kann man einmal auch an der Stelle runterscrollen. Zu dem Bild von Wolfgang habe ich jetzt auch schon eine ganze Menge gesagt und es ist jetzt verschwunden. Das ist leider der Nachteil, wenn man am Computer schaut. Am Handy sehe ich immer ein bisschen mehr. Also es sind auch tolle andere Bilder dabei, die es auch verdient hätten, hier mit reinzukommen. Also dieses zum Beispiel finde ich auch total toll. Aber ich habe noch ein anderes ausgewählt. Oder auch dieses Light Painting hier wäre hier definitiv heute mit drin. Inzwischen gibt es 251 Beiträge dazu. Da freue ich mich noch drüber. Vielen, vielen Dank dafür. Und dann nehmen wir auch schon das nächste Bild. Ja, und da habe ich erst gedacht. Hallo Guido, Herr Zitronen-Kojote. Das ist der Guido. Der hat auch einen kleinen eigenen YouTube-Kanal. Könnt ihr gerne mal dran vorbeischauen. Da habe ich erst gedacht, er hat auf dem Deich gestanden und hat die Kamera falsch gehalten. Und im zweiten Blick habe ich gesagt, nee, der Deich ist ja gerade. Also ist das Haus tatsächlich schief. Ich weiß nicht, ob das Haus wirklich schief ist. Und das ist auf dem Monte Matre bei Sacre Cœur. Das ist irgendwas Französisches. Da bin ich nicht so bewandert. Aber ich hoffe, ich habe das jetzt wieder richtig ausgesprochen. Da muss ich ganz klar sagen, gefällt mir super, super gut. Wenn das wirklich sinkende Häuser sind, dann ist das etwas, was bei mir jetzt auf die Liste gekommen ist, wo ich auf jeden Fall irgendwann mal hin möchte. Das möchte ich mir live angucken, wenn sie nicht vorher schon komplett versunken sind. Aber ich werde das nochmal genau googeln. Finde ich total spannend eben halt. Und das ist eben halt, worum ich dieses Foto mit ausgewählt habe, ist dieser Effekt, dass man eben halt sagt, okay, man erwartet gerade Linien auf einem Foto und das ist irgendwas schief. Dann muss man zweimal hingucken, um diese Bildwirkung zu verstehen. Und deswegen finde ich das total spannend. Der Deich da vorne so ein bisschen gerade. Das Haus ist schief. Und normalerweise hätte man was Gerades erwartet. Deswegen dieses Bild dabei. Also Chapeau Guido. Gefällt mir sehr, sehr gut, weil das eine andere Linienführung ist. Ja, also nochmal vielen, vielen Dank, dass ihr den Hashtag Lichtsetzerart nutzt. Nutzt den auch ordentlich weiter. Der andere mit nur Lichtsetzer, der hat ja der andere da gemopst, aber ist nicht so schlimm. Ja, was gibt es noch? Wir werden gleich noch über den Kanal des Mund sprechen, aber wie gesagt nochmal vielen, vielen Dank, dass ihr überhaupt bei Instagram dieses Ganze mitmacht. Da freue ich mich wahnsinnig drüber. Ja, und bevor das Video jetzt wieder in ebenischer Breite ist, das soll ja eigentlich nur ein kurzes Video sein, obwohl kurz kann ich gar nicht. Sprechen wir über Kanal des Monats und dafür wechseln wir noch einmal zurück an den Rechner. Und nach dem Rechner habe ich noch eine Information für den Barbarian Sky Pixel. Aber da komme ich gleich drauf. So, wir sind wieder zurück am Rechner. Ich habe ja noch das Bild von Herrn Zitronen Koyote offen und wir gehen auf den YouTube Kanal des Monats bei mir. Das ist mein persönlicher Fotokanal. Der Fotobertel, der Albert, der macht schon ein bisschen länger Videos. Insgesamt hat er 198 Videos, 464 Abonnenten. Versprecht mir, dass ihr dort ein paar Daumen laden lässt und vielleicht auch das eine oder andere Abo. Ich muss ganz klar sagen, also der Albert macht tolle Bilder. Er macht, probiert auch vieles aus. Also er hat hier zum Beispiel Street-Fotografie gemacht. Historische Altstadt, sehr gut, sehr lustig eben halt, wo er auch mit der Frau gesprochen hat. Weinheimer Altstadt oder war das das? Eins von den Beinen, da hat er also mit einer Frau gesprochen und hat sich den Wich erklären lassen. Da habe ich schon gedacht, jetzt hat er aber keine Lust mehr sich das erklären zu lassen. Spaß, auch Regentropfen, Makrofotografie und wenn man hier runter geht. Ich habe den Kanal vor kurzem erst entdeckt, deswegen habe ich auch noch nicht viel geguckt. Aber das, was ich gesehen habe, gefällt mir sehr gut und ich mag Alberts Art, das zu erklären. Das ist nicht hektisch, das ist sehr ruhig. Wie er das macht, warum er das macht, finde ich sehr, sehr angenehm. Und wie gesagt, ich habe hier auf jeden Fall die nächsten Wochen noch ganz viele Sachen, die ich mir angucken kann. Dafür vielen, vielen Dank und ich glaube, ihr werdet auch das eine oder andere finden. Und falls es im Sommer mal irgendetwas gibt, wo es ein bisschen verregnet ist, dann könntet ihr das Ganze hier mit einfach mal nutzen. Ja, also Albert, mach weiter so mit deiner Art. Gefällt mir sehr, sehr gut. Vielen Dank für deinen Input hier auf YouTube. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns auch irgendwann mal persönlich treffen wollen. Untereinander geschrieben haben wir schon ein paar Mal. Also von daher glaube, das ist eine ganz nette Art. Ja, und dann soll es das eigentlich heute schon mit dem Lichtblick gewesen sein. Ich habe ja gerade gesagt, eine Nachricht noch für den Barerian Sky Pixel. Der hat ja auf seinem Kanal die Stars Leberkäse gemacht. Manchmal beneide ich ihn ja für seine Kreativität. Nicht nur manchmal, ständig. Der macht so richtig geile Videos mit eigener Musik und sowas. Das ist schon richtig geil. Und ich hatte den Barerian Sky Pixel herausgefordert zu einer kleinen Street Photo Challenge. Also ich habe eine Kamera eingepackt, habe ihm die zugeschickt mit Filmen dazu. Und er sollte so ein bisschen schwarz-weiß Fotografie sein. Und den Markus wollte ich an der Stelle ein bisschen herausfordern. Ich werde genau das Gleiche machen. Ich bin ja schon zweimal losgegangen. Es hat zweimal nicht geklappt. Der eine Film ist nichts geworden. Den habe ich nämlich in der Entwicklung versaut. Hm, Pech. Da waren tolle Bilder dabei. Okay, passiert. Das zweite, da waren die Bilder einfach nichts, obwohl sie entwickelt waren. Aber da habe ich einen schlechten Tag gehabt. Also ich muss das sowieso nochmal machen. Aber das ist auch für Markus okay, wenn er es vielleicht zwei- oder dreimal machen sollte. Von daher werden wir mal gucken. Wenn das Ganze erst im Herbst rauskommt, Markus. Das ist die Botschaft. Macht dir hier keinen Stress. Weil der Markus macht nämlich etwas anderes, was ich im Moment viel, viel wichtiger finde, als eine Challenge. Der Markus macht mit seiner Frau Dani, auch liebe Grüße an die Dani, nämlich Rehkitz-Rettung. Die haben sich über ein Crowdfunding eine Drohne finanziert, was ich sehr, sehr gut finde. Also auch an aller Spender richtig klasse. Und die kümmern sich darum, dass die Rehkitze, bevor eine Wiese abgemäht wird, rausgeholt werden. Das heißt, sie fliegen mit einer Wärmedrohne darüber und entdecken die Kitze. Und alles, was den Naturschutz gut tut, finde ich persönlich sehr, sehr gut. Und gerade dieses Engagement, da auch nachts aufzustehen. Man muss also sehr, sehr früh aufstehen, da hinzugehen, seine Freizeit zu abwandt. Chapeau. Macht das, das ist wichtiger. Diese Street-Foto-Challenge, die können wir viel, viel später machen. Und an der Stelle der Ehrenwerte U-Rock hängt sowieso hinterher. So, in dem Sinne, wir sehen uns nächste Woche auf der Foto & Adventure. Wenn ihr Bock habt, wenn ihr Bock habt, dass euch dieses Video gefallen hat, dann dürft ihr den Daumen hoch packen. Kommentare dürft ihr natürlich gerne unterschreiben. Ihr wisst, in der Regel versuche ich wirklich jeden Kommentar zu beantworten. Noch ist es möglich. Es sind noch nicht ganz so viele. Und wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann dürft ihr gerne abonnieren. Besonders im Hinblick. Ich habe noch vielleicht eine Idee, die möchte ich an dieser Stelle sagen. Wenn das klappt und ich das technisch hinkriege und mich nicht zu doof anstelle. Manchmal bin ich ja ein bisschen paddelig, was Kameras betrifft. Aber dann würde ich versuchen, an dem Wochenende live zu sehen. Und wenn ihr das sehen wollt, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder unten hier meinen WhatsApp-Kanal abonnieren. Dann würde ich da auf jeden Fall eine Nachricht reinschicken. Oder ihr abonniert eben halt meinen Kanal hier. Dann würdet ihr die Benachrichtigung bekommen, dass ich live bin. Das werde ich auf jeden Fall versuchen. Auf Instagram habe ich das schon ein paar Mal gemacht. Jetzt würde ich es tatsächlich auch mal auf YouTube versuchen, dort live von der Foto & Adventure was zu machen. Ob das klappt oder nicht, will ich an dieser Stelle noch nicht versprechen. Aber der Versuch ist auf jeden Fall wert. Ja, dann sehen wir uns auf jeden Fall auf der Foto & Adventure. Wenn ihr Bock habt, wenn ihr Zeit und Lust habt, dann kommt da gerne vorbei. Wie gesagt, ich bin mit Wohnmobil da. Das heißt, ich übernachte da. Nur nicht nachts um drei am Wohnmobil klopfen. Aber vielleicht treffen wir uns auf eine Tasse Kaffee, auf ein Glas Bier oder auf ein anderes Kaltgetränk, wie ihr möchtet. Ich freue mich einfach. In dem Sinne wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Einen schönen Abend, einen schönen Tag, eine schöne Woche. Je nachdem, wann ihr dieses Video schaut. Ich bin raus mit lieben Lichtsetzen. Ich bin raus mit lieben Grüßen. Euer Thorsten. ich bin raus von preço Scoop. Mit lowemอย